Ich bin der Boss. Jetzt war's ja auch ganz schön. Da brauchen wir gar nicht ein Aua und da ist der erste kaputt gegangen. Ich krieg noch ne Sherry-Bomb vor Ende. Ich glaub's eher weniger. Doch und da hab ich sie. BAM! Was bist du denn? Oh, wir haben die 4100 schon geknackt. Wir brauchen 5000 insgesamt. Sieht alles ganz gut aus hier. Ich schau mal auf den Wecker. Handy. Es ist 0.40 Uhr. Uiuiui. Okay, der 3P-Tor. Schutz-Pi sind 3 Lanes. Uiuiuiui. Unser normaler Pi-Shooter entwickelt sich immer weiter. Da ist der 1-fache, dann der 2-fache. Jetzt sind 3 Lanes. Aber ich muss sagen, an dieser Stelle würde ich die Aufnahmen für heute auch wieder beenden. Denn, da ich ja nur 10 Minuten-Folgen mache, das ist ja nur so ein viertes Mini-Let's Play, so. Hab ich da auch genug Aufnahmen. Wir sehen uns also beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Blends with Zombies. Und die Blends gewinnen natürlich denn wir sind Naturfreunde. Obwohl zwar ein bisschen auch natürlich. Also unnatürlich natürlich. Gute Nacht. Tschüss. Also ich sag' Gute Nacht. Ihr sagt keine Ahnung. Tschüss. Du 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 du. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Blends vs. Zombies. Wir sind wieder mal dabei hier. Und ich dachte mir, ich nehme es noch mal kurz auf. Das Almanac! Was haben wir bis jetzt so für Zombies kennengelernt? Wir haben mit den normalen Zombies angefangen. Wir haben die... Wo ist denn der Unterschied bitte zwischen den beiden? Achso. Ah. Na okay. Ich würde sagen, wir starten mal. Die Minigames. Genau, warum machen wir das nicht mal? Okay, war... Was? Was ist das? Zombotan. Zombotani. Was? Ich nehme mir einfach mal hier so ein bisschen davon mit und ein bisschen von... Der braucht ja eh übelst vierjährige. Aber der ist auch ziemlich cool, finde ich. Wollen wir mal gucken. Wir nehmen das hier auf jeden Fall noch mit. Dann komme ich den immer mal hier noch mit und dann nehmen wir noch den... Wir sind immer noch mit, wir sind immer noch mit, wir nehmen immer mal den da mit. Okay, let's rock. Wollen wir schon... Hoffentlich schießen die Licht zurück oder so, ich weiß es nicht. Blend es an, Flower. Die und der Arm. Wiege dich im Wind, mein Kind. Oh, Sonne. Hm. Wir brauchen viel Sonne. Ihr habt keine Ahnung, wie die Dinger drauf sind. Muss ich mal gucken. Oh. Oh. Die sind ja wirklich so drauf, wie ich dachte. Komm, einmal noch, bitte. Sie haben unsere Artgenossen getötet. Los, töte ihn. Aua. 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 Böses Ding. Hilfe. Macht die Fressen gleichzeitig auch noch mit. Hilfe. Was soll der Mist? Mach ihn tot, los. Schnell. Hau. Sie haben unsere Blumen gefressen und dadurch sind Zombie-Blumen entstanden. Nein. Und sie haben Arm und Beine bekommen. Böö. Oha, da kann ich nicht einfach so Sonnenblumen aufbauen, weil jemand schießt uns ja die Sonnenblumen kaputt. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mach es tot. Mach es tot. Mach es tot. Ah, mach es tot. Hilfe. Und da hat die Blume den Arm verloren, was an sich eine ziemlich seltsame Behauptung ist. Aber es stimmt ja. Aua. Unsere Blumen. Lass die Blumen. Aua. Nein. Das könnt ihr nicht tun. Lass meine Blumen in Ruhe. Aua. Das tut weh. Lass meine Blumen in Ruhe. Nein. Hört auf. Ihr Bösen. Ich habe euch nichts getan. Noch nicht. Alter. Die machen meine Sonnenblumen kaputt. Gibt es nicht. So, deine Malnussin. Aaaaah. Lass meine Blumen in Ruhe. Los. Los. Gib dir mal schnell ein bisschen hier. Komm. Was? Wollt ihr mich verarschen? Der hat die Blume gekillt. Oh mein Gott. Was ist denn das? Und da kommt auch noch eine Wave nachher. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das schaffen wir doch nie. Wie willst du das schaffen? Jetzt mal ehrlich. Da kommst du wieder die nächsten beiden. Und der frisst einer Weihluss rum. Für die Lust. Äh. Ja. Meine Freunde. Hier das. Wird glaube ich gleich mal unsere erste Mieterlage hier. Funktioniert alles prächtig. Ähm. Wir sind auf jeden Fall. Ähm. Voll mit dabei. Und gewinnen hier auch auf jeden Fall dieses Minigame. Ich muss schon sagen. Das klappt alles wunderbar. Da fressen sie mir gerade die Dinger. Ach du meine Güte. Was soll ich denn? Oah. Ich will nicht. Wart auf. Lass mich. Jetzt bleibt hier echt gleich noch unser Rasenmäher. Und da kam noch nicht mal die Welle. Blamm. Los. Mach's kaputt. Oh mein Gott. Hilfe. Gleich muss ich den Rasenmäher aktivieren. Oh mein Gott. Nein. Mist. Zu früh gesetzt. Rasenmäher. Los. Mew. Ja. Schön. Zombiewelle. Freut mich. Jetzt habe ich eine Blume auf jeder Reihe. Und der Rasenmäher ist schon weg hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das kann ja was werden. Jetzt können wir noch diese hässlichen Walnussköpfe da an hier. Lasst mich. So. Der ist weg. Und hoffentlich kriegen die die jetzt down da. Weil die Walnussköpfe haben ja sicher auch ein richtig heftiges Leben wieder. Komm ich gebe mir mal mit der Sonne. Genau. So. Walnussköpfe. Oh mein Gott. 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 Schneller. Schneller. Vor allem da brauche ich mal ein bisschen Sonnenlicht hier. Warum kriege ich so wenig Sonnenlicht? Geld. Juhu. Ey, kann man auch Geld verdienen. Okay. Wundere mich aber nicht. Das ist auch wesentlich schwerer. Okay, dann machen wir hier nochmal einen hin. Und oh mein Gott. Der kommt durch. Der kommt durch. Ah. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Der kommt durch. Der macht die alle Blatt. Der macht. Oh nein. Komm, komm, komm. Oh nein, 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 nein. Ich werde das so vorkacken hier. Das werde ich so vorkacken. Oh mein Gott. Das gibt es doch nicht, Alter. Was halten die denn bitte aus? Ich muss gleich meinen nächsten Rasenmäher benutzen. Und der schießt nicht mal, der schießt ja nicht mal. Oh Mann, was ist das? Der kriegt den da auf jeden Fall auch nicht dauernd. Und da kommt schon die nächsten, ey. Oh. So, weg ist der. Nee, komm, ich brauche was anderes. Komm, komm. Fein. Ich konnte so langsam so wenig Sonnenblumen aufbauen, dass ich es nicht mal geschafft habe, irgendwie eine Verteidigung aufzubauen gegen die. Oh mein Gott. 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 Und wir kommen nicht mal zur Sherry-Bomb, weil wir zu wenig Geld verdienen hier und uns sonst nicht retten können. Und da kommen die nächsten. Gut, die sind dann erst mal dauernd. Kann ich da mal einen Pi-Shot da hinstellen, schnell. Ohohoho. Das überlebt. Oh, da komme ich wieder in den nächsten. Aaaaaah. Angst vor Mischgemüse. Okay, äh, wir bräuchten mal ganz kurz 50 Sonnenlicht hier bitte. 50, genau. Jetzt bräuchte ich den da nochmal schnell kommen. Werde fertig. Werde fertig. Okay, 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 okay. Der mir erst, also dir soll das erst mal hoffentlich reichen. Gegen die drei soll das reichen. Jetzt bräuchte ich noch ganz schnell einmal so ein Licht. Dankeschön. Jetzt bräuchte ich, ähm, eine dritte Schupe, einen Pi-Shooter eigentlich. Na komm, gib mir noch, genau, einen dritten Pi-Shooter. Jetzt sollte die Reihe endlich mal sicher sein. Oh mein Gott. Stirb einfach, muss, stirb. Ach, geh kaputt. Ich, mach dich tot, du. Boah. Ich werde, es gibt irgendwie einen ganz simplen Trick bei der Game-Reihe hier und ich hab's einfach nicht gerafft. So, jetzt kommt. Jetzt kommt natürlich erst mal die Zombie-Welle. So, ich guck erst mal, bevor ich hier irgendwas pflanze. So, du, ich pflanze dich da hin. Da ist die Reihe schon mal sicher. Den pflanze ich hier hin. Da ist die Reihe auch sicher, weil die kriegen das dauernd, bevor die das durchfressen. Und hier planze ich noch einen Pi-Shooter hin. Das werden wir ja wohl schaffen. Achso, Quatsch, da haben wir auch nicht genug Sönnenlicht. So, drei Pi-Shooter werden das ja wohl hinkriegen, oder? Oh, was? Fresst euch an der Walnuss-Tod. Ihr Pflanzen. Oh mein Gott. Also beim nächsten Mal muss ich mir echt was Sinnvoller aus überlegen. Ich glaub, es geht... Ich krieg das... Oh. 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 Ach, du meine Güte, viel Geld kriegt man da, wenn man das schafft. Ach, das war's schon? Habt ihr das Minigame jetzt geschafft, oder wie? Okay. Walnut-Bowling? Oh, okay, das ist ja wieder einfach. Oh, wir sind jetzt gekommen. Nein, 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 nicht so, mein Freund. Explosive Walnut hebe ich erst mal noch kurz auf. Ah, jetzt treffe ich den? Ne. So, Bowling! 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 Komm, eins tut nicht zu wenig, meine Walnut macht immer nur einen Treffer.